Du musst als Immobilienmakler deine Provision rechtfertigen oder musst du deine Provision als Immobilienmakler überhaupt rechtfertigen? Ich werde jetzt hier in diesem Video kurz ein paar Gedanken, Ansätze geben dafür, wie du dieses Thema ein für alle Male bei dir lösen kannst. Denn der allerwichtigste Punkt ist ja der, was ist der Grund, warum Menschen denken, dass der Immobilienmakler oder vielleicht auch du im Speziellen, aber in den meisten Fällen natürlich generell die Immobilienmakler, den Immobilienverkauf verteuern, also sozusagen zu viel verdienen. Und dazu muss man natürlich eine Sache wissen. Erster Punkt ist, wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Punkt, dass Menschen urteilen, ohne alle Daten zu haben. Was sind Daten? Daten sind Informationen, die uns helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und ein Vorurteil, weil es ist ja erstmal ein Vorurteil, ist ein Urteil vor Kenntnis. Also die Menschen, Käufer, Verkäufer, die haben irgendwo was gehört und aufgrund dieser Tatsache ziehen sie Rückschlüsse. Aber am Ende des Tages ist es erstmal nichts anderes als, sie haben gar keine vollständigen Daten, sie wissen überhaupt gar nicht, was im Hintergrund abläuft. Das ist Punkt Nummer eins, das musst du verstehen. Punkt Nummer zwei ist natürlich deine eigenen Gedanken dazu. Das heißt, dein eigenes Mindset muss stimmig sein. Warum Mindset? Mindset ist deine Gedankenwelt, die du hast. Also verändere deine Gedanken und du veränderst dein Verhalten, um es mal ganz simpel zu formulieren. Und wenn du dein Verhalten veränderst, dann in der Folge veränderst du auch deine Arbeitsweise. Und wenn du deine Arbeitsweise veränderst, dann ändern sich logischerweise auch deine Ergebnisse. So, das war so die ganz einfache Kiste. Also das heißt, was ist wichtig? Du musst anfangen, richtig zu kommunizieren. Also richtig gute Kommunikation bedeutet, dass du den Interessenten, also Verkäufern, draußen die richtigen Daten vermittelst. Richtige Daten vermitteln bedeutet, was machst du genau? Was ist deine Leistung, könnte man jetzt sagen? Oder auch auf der anderen Seite den Leuten draußen erzählst, hey, pass mal auf, du kannst, du Privatverkäufer, du kannst es gar nicht. Also das heißt, du machst alles falsch zum Beispiel. Oder ich mache es richtig und weil ich es richtig kann, aus diesem einfachen Grund, bin ich auch in der Lage, dafür Geld zu verdienen. Nehmen wir doch mal ein einfaches Beispiel. Warum verdient denn ein, zum Beispiel, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, warum verdienen die Millionen und Abermillionen? Angebot und Nachfrage bestimmen natürlich den Preis, weil sie eben in ihrem Fach besonders gut sind, besonders wertvoll sind. Ein Cristiano Ronaldo ist für den Fußballverein Juventus Turin extrem wertvoll, weil er einfach in jedem Spiel Tore schießt. Oder ein Robert Lewandowski in München oder eben ein Lionel Messi in Barcelona. So, das bedeutet, jemand, der solche Leistungen abliefert, wird am Ende des Tages immer mehr verdienen und mehr verlangen können, als jemand, der das eben nicht tut. Das beste Eis in der Stadt oder die beste Pizza, da geht man eben gerne hin und zahlt auch mehr. Und so genau so ist es bei dir als Maklerin oder Makler genauso. Das musst du verstehen. Je besser deine Leistung ist, je wertvoller in den Köpfen der Menschen deine Leistung ist, umso mehr sind die Leute bereit, dir dafür zu bezahlen. Also, die Ergebnisse, die Transformation, die dabei rauskommt. Also, das ist das Problem, was die Person hat und das ist das, was du machst und dann kommt das Ergebnis dabei raus. Und die Leute zahlen am Ende, da musst du natürlich auch vorsichtig sein, dass du nicht dafür bezahlt wirst, eine Reihe von Leistungen zu erbringen, sondern dass du mit den Leuten kommunizierst, dass das Ergebnis, was du bringst, also die Tore, die du schießt und die Kaufpreise, die du erzielst, also die Verkaufserfolge, am Ende des Tages, das ist, was du verkaufst. Und das ist auch genau das, warum die Leute dich bezahlen. Und das ist auch genau das, warum du am Ende des Tages mehr verdienen darfst, als eben zum Beispiel eine Durchschnittsmaklerin oder ein Durchschnittsmakler. Das musst du beherzigen. Wenn du das verstanden hast, was eine wertvolle Dienstleistung ist, dann kann ich dir eine Sache sagen, dann gehört das Thema Provisionsdiskussion für dich ein für alle Male der Vergangenheit an und du wirst nie wieder damit Probleme haben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung.